Herzlich Willkommen zu Smartphone Entdecken. Mein Name ist Manuel und im heutigen Video wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir mit unserem Smartphone Bilder aufnehmen, wo wir die Bilder finden und wie wir diese versenden. Um zu gucken, wo wir die Bilder überhaupt finden, die wir mit unserem Handy gemacht haben, fangen wir doch am besten erst mal damit an, Bilder zu machen. Schauen wir uns die Kameras unserer beiden Smartphones, die wir hier vor uns haben, einmal genauer an. Wir haben hier zum einen unser Samsung Galaxy und wir sehen, es gibt wie bei jedem anderen Smartphone auch eine bestimmte Kamera App und die Kamera App schauen wir uns jetzt einmal an. Das ist die hier unten und wenn wir da drauf tippen, öffnet sich automatisch die Kamera und wir sehen also nun, wir haben hier das, was sich vor der Kamera befindet. Die Kamera selber, die befindet sich hier vorne am Handy und mit dieser Kamera können wir nun fotografieren, Videos aufnehmen in Slow Motion oder auch in Zeitrafferaufnahmen. Wir haben hier noch ganz viele andere Optionen. Die meisten Optionen werden uns hier am Rand direkt angezeigt. Das heißt, wir können hier drauf tippen und es öffnet sich direkt etwas, wo wir verstellen können. In dem Fall war es der Blitz. Hier können wir einen Zeit-Timer ein- und ausschalten und wir haben hier unten die Möglichkeit, das Format zu wählen, in dem wir fotografieren wollen. Außerdem ist das hier unten der Magic Filter. Damit können wir eben verschiedene Filter direkt über das Bild drüber legen. Also hier zum Beispiel direkt Schwarz-Weiß oder Kuschelig nennt sich das. Also hier gibt es ganz viele verschiedene Filter, die wir direkt über das Bild drüber legen können. Ganz oben ist dann eben wieder Original. Wenn wir jetzt zwischen den verschiedenen Aufnahmeformaten wechseln wollen. Also sagen wir mal, wir wollen kein Video und kein Foto machen, sondern eine Super Slow Motion. Dann haben wir hier unten die Möglichkeit zu wischen. Entweder in die Richtung oder in die andere. Das funktioniert natürlich auch, wenn wir das Handy einfach so halten. Dann können wir zur Seite wischen. Haben da die Möglichkeit zwischen den verschiedenen Einstellungen zu wechseln. Und wollen wir nun etwas aufnehmen, zum Beispiel in Super Slow Mo, dann haben wir hier die Möglichkeit, in die Mitte auf den großen Knopf zu drücken. Das funktioniert bei allen anderen Sachen genauso. Wir können auch hier einfach bei Foto auf den Knopf drücken und schon entsteht ein Foto. Jetzt haben wir hier unten neben dem Button noch zwei weitere Möglichkeiten. Wir können zum einen in der Kamera wechseln. Das heißt, in dem Fall schaltet es auf die innere Kamera und die sehen wir dann hier auf dem Bildschirm angezeigt. In dem Fall sieht man hier mich. Oder wir können uns hier das zuletzt gemachte Bild ansehen. Und da kommen wir auch zum ersten Punkt und zwar, wo wir unsere Bilder finden. Die sind nämlich in einer Galerie gespeichert. Und auf diese Galerie haben wir zum einen Zugriff über dieses kleine Symbol neben der Kamera. Können wir auch wieder zurückgehen und sind dann wieder in der Kamera drin. Und wenn wir hier auf dieses Symbol draufgehen, können wir uns auch die letzten Bilder ansehen, die wir mit dieser Kamera gemacht haben. Dazu wischen wir dann einfach in die entsprechende Richtung. Also nach links rüber, wenn wir uns alte Bilder ansehen wollen und nach rechts eben, wenn wir uns die aktuellen Bilder ansehen wollen. Die zweite Option, an die Bilder zu gelangen, wenn wir gerade nicht in der Kamera-App sind, ist eben über die sogenannte Galerie. Und die Galerie finden wir, indem wir auf das App-Symbol für die Galerie klicken. Das sieht hier bei Samsung so aus. In den meisten Fällen steht aber auch einfach Galerie eben darunter. Da sehen wir nun hier die verschiedenen Alben direkt. Also wir haben hier das Album Kamera. Da werden alle Bilder reingespeichert, die wir mit unserer Kamera aufgenommen haben. Wir haben daneben das Album Screenshots. Da werden alle Screenshots, die wir mit unserem Handy aufgenommen haben, eingefügt. Und es gibt eben noch ganz viele andere Downloads, Videoeditor und so weiter und so fort. Für uns ist jetzt im ersten Mal interessant hier Kamera auszuwählen und da sehen wir sind alle Bilder, die wir zuletzt gemacht haben, aufgelistet. Wir können auf das entsprechende Bild drauf tippen und durch das Zoomen mit zwei Fingern rein oder raus können wir uns die Bilder nun auch genauer angucken und eben durchs Zur-Seite-Wischen zwischen den verschiedenen Bildern wechseln. Soweit, so gut. Gucken wir uns dann aber nochmal das Menü genauer an. Wir haben hier nämlich die Möglichkeit zwischen verschiedenen Modi zu wechseln, also zwischen verschiedenen Darstellungsfunktionen. Wenn wir nämlich hier auf Bilder gehen, sehen wir, werden uns hier insgesamt alle Medien angezeigt, die wir generell auf diesem Handy haben. Das sind Bilder, die wir mit der Kamera gemacht haben, Bilder, die uns geschickt wurden oder die wir heruntergeladen haben, genauso wie Videos natürlich. Wir können hier Storys auswählen. Das sind von unserem Smartphone selbst zusammengestellte Sammlungen, die quasi an einem Tag aufgenommen wurden, wo das Smartphone dann sagt, ich finde, die passen zusammen und uns die einmal präsentiert. Und wir haben hier die Möglichkeit, auf Freigeben zu gehen. Das habe ich bisher aber noch nicht gemacht. Da haben wir die Möglichkeit, Alben direkt für andere Personen freizugeben und die eben daran teilhaben zu lassen. Wenn wir jetzt zurück auf ein bestimmtes Bild gehen, haben wir hier in diesem Bild nochmal andere Möglichkeiten. Wir können zum einen hier oben eben das Herz auswählen. Damit favorisieren wir ein Bild, wo wir die Bilder finden, die wir favorisiert haben. Das zeige ich auch gleich. Wir haben hier unten verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können wir das Bild löschen. Wir können das Bild an andere Personen versenden. Darauf gehen wir auch gleich nochmal genauer ein. Und wir haben hier die Möglichkeit, das Bild direkt am Handy zu bearbeiten. Wenn wir hier drauf tippen, kommen wieder ganz viele neue Möglichkeiten. Wir haben hier die Möglichkeit, das Bild zu drehen. Wir können das Bild spiegeln oder eben zurechtschneiden in verschiedene Formate. Wir haben die Möglichkeit, das Bild zu kippen, also quasi so zu tun, als würden wir von einem bestimmten Winkel drauf gucken. Das sieht man jetzt hier nicht so ganz. Vielleicht so. Doch, jetzt sieht man es ein bisschen mehr. So, da können wir den Winkel ungefähr verändern. Und wir haben hier unten natürlich auch noch mehr Möglichkeiten, wieder filtern, nachträglich noch drüber zu legen. Wir können hier unten Emojis einfügen und verschiedene Symbole. Wir können Text dazu schreiben. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, in dem Bild zu malen. Das waren nun die gröbsten Einstellungen, die wir erstmal wissen müssen, wenn wir wissen wollen, was kann man mit einem Bild eigentlich alles anstellen, nachdem man es mit dem Smartphone gemacht hat. Wir beschäftigen uns jetzt noch einmal kurz damit, wo wir unsere Favoriten finden. Und zwar sind die, wenn wir auf Bilder gehen und nach ganz oben ziehen, hier oben angezeigt. Wir sehen also hier unter anderem Standorte. Das heißt, wenn wir ein Bild gemacht haben, in dem ein Standort gespeichert ist, dann nimmt das Handy quasi in dem Moment, wo es ein Bild macht, auch automatisch den Standort in die Information mit auf. Können wir uns die hier anzeigen lassen. Wir können hier Favoriten ansehen, uns Empfehlungen machen lassen von alten Bildern, die wir irgendwann mal geschossen haben und eben auch nur Videos anzeigen lassen. Wenn wir jetzt ein bestimmtes Bild verschicken wollen, dann haben wir dazu die Möglichkeit, das mit dem Teilen-Symbol zu machen. Wenn wir da drauf tippen, sehen wir nun hier einmal Kontakte, die uns direkt vorgeschlagen werden, also Kontakte, die wir in letzter Zeit häufig kontaktiert haben. Und darunter eben verschiedene Apps, in denen wir das Bild teilen können. Wenn wir hier zum Beispiel WhatsApp auswählen, haben wir danach die Möglichkeit, den entsprechenden Kontakt auszuwählen und das Bild vielleicht mit einer kleinen Textnachricht zu versenden. Das Ganze sieht bei anderen Smartphones ähnlich aus. Auch da gibt es ungefähr dieselben Funktionen. Es gibt auch ungefähr dieselben Symbole. Das variiert vielleicht von hier nach da ein wenig, aber insgesamt weiß man, dass man sich ungefähr daran orientieren kann. Und deshalb machen wir das Ganze jetzt auch mal für unser iPhone vor, wo es sich noch mal ein bisschen mehr unterscheidet. Hier auf unserem iPhone haben wir ebenfalls die Möglichkeit, auf unserem Startbildschirm die Kamera-App auszuwählen. Wenn wir da drauf tippen, sehen wir auch hier eigentlich im Grunde dasselbe. Wir können hier unten zwischen den verschiedenen Modi wechseln, indem wir nach links oder rechts wischen und können dann zum Beispiel hier hingehen und sagen, wir wollen jetzt ein Foto aufnehmen. Dann drücken wir einfach den Auslöser, zack, und das Foto ist aufgenommen. Und auch hier sehen wir hier unten links ist wieder eine kleine Anzeige, in der wir das Bild sehen, das wir gerade aufgenommen haben. Und wenn wir da drauf tippen, wird uns das Bild angezeigt. Wir können dann nach links oder rechts wischen, in dem Fall mischen wir hier in die andere Richtung und haben die Möglichkeit, uns hier nun noch mehr Bilder anzeigen zu lassen, die wir zuvor gemacht haben. Und auch hier sehen wir oben wieder unsere kleine Schnelleinstellungsleiste. Wir können hier den Blitz auswählen, wir können hier unseren Timer zum Beispiel einstellen oder auch hier einen Filter direkt über das Bild drüberlegen. Außerdem sehen wir hier unten natürlich noch das Symbol, mit dem wir unsere Kamera drehen können. Und dann können wir hier natürlich auch ein Foto machen, wenn wir es wollen, oder wir gehen eben wieder zurück. Auch beim iPhone haben wir nun die Möglichkeit, uns in der Galerie alle Bilder anzeigen zu lassen, die wir bisher gemacht haben. Dafür wählen wir auch hier eben die entsprechende App aus. Die heißt in diesem Fall einfach nur Fotos. Und wenn wir da drauf tippen, haben wir hier nun auch eben die Übersicht Alben. Hier sehen wir alle Alben, die wir bisher erstellt haben. In diesem Fall sind das noch nicht so viele. Wir haben hier aber auch die Möglichkeit, uns eben Personen und Orte anzeigen zu lassen, wenn unser Handy erkennt, dass verschiedene Personen häufiger fotografiert werden, zum Beispiel wir selber oder Familienmitglieder. Wir können hier unten eben noch auswählen zwischen Suchen. Das heißt, wir können nach verschiedenen Begriffen suchen, die in dem Foto vorkommen, zum Beispiel Baum, Essen oder Auto. Wir haben hier die Möglichkeit, uns alle Bilder anzeigen zu lassen, die wir bisher gemacht haben. Und eben für mich empfohlene Bilder. So, wenn wir jetzt einmal ein Bild auswählen, das wir mit dem iPhone teilen wollen, dann haben wir dazu die Möglichkeit, indem wir hier unten links das kleine Symbol mit dem Pfeil auswählen. Und auch hier sehen wir eben wieder die verschiedenen Möglichkeiten. Wir sehen, wir können das Ganze als Nachricht verschicken, wir können eine Mail verschicken oder es in geteilte Alben packen. Wir können aber auch das Ganze zu einer Notiz hinzufügen. Hier oben haben wir außerdem die Möglichkeit, noch mehr Bilder hinzuzufügen, wenn wir das möchten, und können dann eben die verschiedenen Optionen auswählen und Bilder versenden. Wir haben nun in unseren Alben außerdem die Möglichkeit, neue Alben zu erstellen. Und das funktioniert hier oben über die drei kleinen Punkte. Wenn wir da drauf tippen, sehen wir, dass wir hier verschiedene Alben erstellen können. Wir können Alben ausblenden oder anzeigen und wir können uns unseren Papierkorb unter anderem auch anzeigen lassen, wo eben gelöschte Bilder zunächst gespeichert werden. Außerdem haben wir die Möglichkeit, hier auf Einstellungen zu gehen und uns dann eben die erweiterten Einstellungen unserer Galerie anzeigen zu lassen. Wollen wir ein Bild in ein anderes Album verschieben, funktioniert das wie folgt. Wir halten auf das Bild gedrückt und dann öffnet sich hier unten eben die Option Löschen oder Senden. Wir haben hier einen kleinen Pfeil und wenn wir dann hier oben auf die drei kleinen Punkte gehen, haben wir hier die Möglichkeit, es in ein anderes Album zu kopieren oder eben komplett zu verschieben, dass es sich dann nur noch in einem anderen Album befindet. Wenn wir auf unserem iPhone jetzt ein neues Album erstellen wollen, haben wir dazu die Möglichkeit hier oben auf dem Plus-Symbol. Da tippen wir drauf und schon können wir hier unten auswählen, neues Album erstellen oder neues geteiltes Album erstellen. Das heißt, wollen wir eben ein ganz normales Album auf unserem Smartphone oder wollen wir eben ein neues Album teilen. Wir sehen außerdem hier natürlich auch unsere Favoriten. Das heißt, wenn wir unser Foto auswählen, können wir das Ganze hier in der Mitte herzen und haben dann eben unsere favorisierten Bilder direkt an einem Ort zusammen. Wenn wir uns nun im Chat mit einer bestimmten Person befinden, können wir auch von hier ein Bild versenden. Wir gehen also auf den entsprechenden Chat und haben hier unten die Möglichkeit, über das Büroklammer-Symbol, ähnlich wie es eben auch der Fall war, verschiedene Optionen auszuwählen. Wir können nun entweder ein Dokument versenden, also eine PDF-Datei oder ein Word-Dokument. Wir haben die Möglichkeit, die Kamera direkt zu aktivieren und sofort ein Bild zu schießen, das wir dann versenden. Und wir können das Ganze hier aus der Galerie auswählen. Weiterhin können wir natürlich auch eine Audiodatei, einen Standort, wo wir uns gerade befinden, oder einen Kontakt an eine weitere Person senden. Tippen wir hier auf Galerie, öffnet sich diese eben und wir haben die Möglichkeit, ein Bild auszuwählen, noch etwas dazu zu schreiben und es zu versenden. Befinden wir uns nun in einem Mail-Programm und wollen eine Mail schreiben und ein Bild anhängen, können wir das natürlich auch aus der Galerie auswählen. Dazu gehen wir in die entsprechende Mail-App, schreiben eine neue Mail hier unten über das Plus und haben hier eben die Möglichkeit, über die kleine Büroklammer hier oben eine Datei anzuhängen. Wenn wir da drauf tippen, werden uns hier die zuletzt verwendeten Dateien angezeigt. Das sind bei mir eben meine Bilder. So, und dann kann ich hier ein Bild auswählen und das Ganze ist dann direkt an die Mail drangehangen. Wir können dann hier noch einen Betreff einfügen oder eine Mail schreiben und das Ganze hier oben über den Button versenden. Auch auf unserem iPhone haben wir natürlich die Möglichkeit, eine Mail zu schreiben und dort ein Bild oder Video anzuhängen. Und dazu öffnen wir hier unten eine neue Mail, gehen dann in das Fenster für den Text und halten hier gedrückt. Dadurch öffnet sich diese Auswahl und dort klicken wir einmal weiter nach rechts und können hier Foto oder Video einfügen. Da gehen wir drauf und sind dann automatisch in unserer Galerie, können eins unserer Fotos auswählen, und das Foto ist dann der Mail angehangen. Wir haben dann hier die Möglichkeit, noch Text hinzuzufügen und die Mail können wir dann auch einfach mit dem Bild versenden. Generell sind die Symbole, die wir heute auf unseren Smartphones gesehen haben, von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Sie haben aber ähnliche Grundzüge, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, die Büroklammer werden wir häufig wiedererkennen. Die steht meistens dafür, wenn wir etwas anhängen wollen, sei es ein Bild, ein Video oder eine Datei. Und genauso funktioniert das eigentlich auch mit allen anderen Symbolen. Man muss sich vielleicht hier und da ein bisschen zurechtfinden, aber dafür ist es auch eigentlich immer ganz sinnvoll, sich einmal alles genau anzusehen und für sich selber herauszufinden, womit kann ich was machen. Das war es soweit erstmal zu den Bildern, wie man sie macht, wie man sie findet und wie man sie versendet. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sollte es noch Fragen geben, stellen Sie diese gerne in unserem Kommentarbereich. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, einen schönen Tag noch.